Henkel zu der AfD zu befragen ist ungefähr so, wie Henry Kissinger über die Umsetzung der Menschenrechte in Kambodscha zu befragen, wo auf seinen Befehl hin 200.000 Menschen ausgelöscht wurden. Hans-Olaf Henkel ist ein Mitglied dieses Establishments. Auch wenn man mir nicht glauben mag, aber ich habe vorher gesehen, dass Hans-Olaf Henkel dazu beitragen wird, die AfD schlecht aussehen zu lassen oder sie gleich komplett zu zersägen.